Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sitzung unserer Ringvorlesung umkämpfte Begriffe. Ich begrüße Sie alle hier an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf in unserem Hörsaal. Ich begrüße auch alle an der Humboldt-Universität Berlin, die uns zugeschaltet sind. Und ich begrüße natürlich auch wie immer alle Personen, die dem Vortrag online folgen. Wie Sie wissen, es gibt eben Live-Übertragungen dieser Veranstaltung und es gibt nicht nur eine Live-Übertragung an die HU Berlin, sondern auch ins Internet. Und die Veranstaltung wird mitgeschnitten für eine spätere Publikation. Ich freue mich sehr, dass wir für unser heutiges Thema Achim Dörfer gewinnen konnten. Achim Dörfer ist promovierter Rechtsphilosoph. Er hat in Göttingen Philosophie und Rechtswissenschaften studiert, hat verschiedene Gastaufenthalte absolviert in den USA, unter anderem an der Cornell Law School, an der Harvard Law School, war wissenschaftlicher Mitarbeiter in Lüneburg und Göttingen und wurde 2005 an der Uni Göttingen zu einem rechtsphilosophischen Thema promoviert. Seitdem ist Achim Dörfer als Rechtsanwalt tätig, aber auch als Publizist und seine Publikationen betreffen zum Teil auch das Thema Antisemitismus. Ich möchte aus den Publikationen nur dieses lesenswerte Buch hervorheben. Der Titel ist Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen. Das Buch beschreibt die Defizite in der juristischen Aufarbeitung der Shoah in den beiden Deutschlands, was ist der Plural von Deutschland, also in den beiden Teilen von Deutschland und beschäftigt sich darüber hinaus auch mit der sogenannten Erinnerungskultur in kritischer Weise, unter anderem mit der Kritik daran, dass jüdischer Widerstand und jüdische Rache aus der offiziellen Erinnerungskultur oft ausgeschlossen werden. Wir freuen uns sehr auf Ihren heutigen Vortrag zu Definitionsversuchen zu Antisemitismus und sind gespannt auf Ihre Vorschläge. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Professor Schriefel, liebe Studierende. Zunächst danke ich den Organisatoren und Organisatorinnen für die Einladung. Das hat mir persönlich auch die Gelegenheit gegeben, ganz eigennützig meine eigenen Gedanken der letzten Monate und Jahre zum Thema für mich auf den Punkt zu bringen und auch die Gelegenheit, damit den Versuch der Schaffung eines Referenzrahmens für meine weitere praktische Arbeit unternehmen zu können. Die Notwendigkeit praktischer Interventionen wird ja leider nicht abnehmen. Ich freue mich, dass ich vor Ihnen sprechen und danach mit Ihnen diskutieren darf und möchte sehr zu auch kontroverser Diskussion ermuntern. Das ist für mich ein ganz neuer Text, der auch nicht aus irgendwelchen Textbausteinen zusammengesetzt ist und da bin ich natürlich dann für jede Anregung dankbar. Meine Damen und Herren, im Feiertagskalender des Judentums sticht Purim mit seiner besonderen Fröhlichkeit und Kindertauglichkeit heraus. Da ist es für die Erwachsenen Pflicht, dem koscheren Wein zuzusprechen, bis Gut und Böse verschwinden. Und alt wie Jungen verkleiden sich, tanzen und feiern. Feiern in einer besonders ausgelassenen Variante des scherzhaft zusammengefassten Basso Continos vieler jüdischer Feiertage. Sie wollten uns umbringen, wir haben gekämpft, wir haben gewonnen. Wir erinnern uns, der böse Berater Haman des persischen Königs wollte die Juden umbringen. Aber Esther hatte das Ohr des persischen Königs. So konnten die Pläne Hammans vereitelt werden. Und der persische König gab Erlaubnis zum Gegenschlag, zur Vergeltung. Da fließt in der Esther-Geschichte, der Bibel nach im 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung zu verorten, drei Dinge zusammen. Die erstmalige Erwähnung der Juden als Juden in der Bibel, zuvor als Hebräer benannt. Dann die hervorgehobene Erwähnung jüdischer Widerständigkeit. Und schließlich die Benennung antisemitischer Topoi aus dem Munde Hammans. Die Juden seien ein heimatloses Volk, das dort, wo sie Teil der Gesellschaft seien, nur Unruhe stifte. Ergo seien sie physisch zu vernichten. Wo der Antisemitismus die zweifelhafte Ehre genießt, die älteste Verschwörungstheorie überhaupt zu sein, da finden sich diese Topoi ebenfalls in der griechischen und römischen Antike. Beim ptolemäischen Priester Maneto im Jahre 280 vor der Zeit und den hernach von ihm beeinflussten hellenistischen Denkern erscheinen die Juden als wurzellose Aussätzige, deren Diaspora als Verschwörung gegen die Menschheit zu verstehen sei. Das war dann Rechtfertigung für die ersten systematischen Verfolgungen von Juden durch den hellenistischen Diadochenherrscher Antiochus Epiphanes im 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Die römische Zeit erlebte durch griechische und römische Intellektuelle eine zweite Welle dieses Denkens, als bekannte Namen seien nur Horatz und Tacitus genannt. Das mit ein paar Variationen zum Thema haben wir seitdem. Der Jude ist der Fremde schlechthin, so auch Simmel und Sartre. Nun mag diese Konstanz zunächst damit zu erklären sein, dass die Juden das Volk par excellence sind, welches von vorantiker Zeit bis heute auf eine durchgängige, fremd- und selbstschriftlich dokumentierte Geschichte zurückblicken kann. Aber auch, weil genau deswegen wegen dieser Präsenz eben ein ewig präsentes Objekt des ebenso ewigen und ubiquitären Bedürfnisses nach Hass, Ausgrenzung und Marginalisierung des Anderen existiert und sich auf sie richtet. Wichtig ist dabei, das ist seit jeher nicht einfach ein Volksglaube, sondern angesiedelt in akademischen Zirkeln. Ich nannte schon die Denker. Und es wird stets von außen herangetragen. Die immer und immer wieder zu hörende Frage, auch heute noch, wenn die Juden so gehasst werden, dann muss doch irgendetwas in ihnen liegen, das dies hervorruft. Diese Frage ist an sich schon antisemitisch. Denn sie dreht, hassend oder zumindest erkenntnisblind, Ursache und Wirkung um. Die Frage muss nicht nach dem ewigen Fehler der Juden sein, sondern die nach dem ewigen Fehler des Antisemiten. Zu Recht verweist Adorno in einem 1962 vor Pädagogen gehaltenen Vortrag darauf, dass es keine sinnvolle Zeitbeschäftigung von Juden und Jüdinnen sei, sich argumentativ zu spezifischen Antisemitismen zu verhalten, sie vielmehr den Antisemiten an sich zu hinterfragen hätten. Damit hängt zusammen die noch näher zu betrachtende Frage, ob antisemitische Topoi zu Hass führen oder nicht vielmehr Hass zu antisemitischen Topoi. Lassen Sie uns das bisher aufgeworfene zunächst in einem historischen Schnelldurchlauf antisemitischer Topoi durchdeklinieren. Also wagen wir einen Schnelldurchlauf, mehr hat der Hass auch nicht verdient. Seit der Antike gelten die Juden als wurzellos, ohne eigenes Land und als stören Friede. Das sind die schon genannten hellenistischen, griechischen und römischen Denker. Die Fackel des Hasses übernahm der christliche Antisemitismus, der Juden als Gottesmörder und als verstockt gegenüber der Tatsache darstellt, dass Jesus, der auch vom Judentum erwartete Messias zu sein hatte. Dazu kommen allerlei Verschwörungstheorien, sei es, dass Juden aus Christenkindern Matze backen, sei es, dass sie die Pest gebracht hätten. Wir kennen das alle. Den Staffelstab übernehmen moderne Verschwörungstheorien, die den Juden Weltherrschaftsambitionen zuraunen. Weder die französische Aufklärung, Voltaire oder Diderot zum Beispiel, noch der deutsche Idealismus, Kant, Fichte, Hegel etwa, kommen ohne Antisemitismus aus. Dem folgt Ideen geschichtlich nahtlos, der in Kapitalismuskritik verankerte Antisemitismus. Marx bezieht sich dabei in einem Brief an Engels allen Ernstes auf den mehr als 2000 Jahre vor sich äußernden, bereits erwähnten Maneto und zitiert ihn. Die Juden seien eine Rasse von wurzellosen Aussätzigen. Alles in allem ein moderner Antisemitismus, der nicht mehr religiös ist und noch nicht voll rassistisch ausgeprägt ist, vielmehr den Juden im Kern gesellschaftliche Missstände und das schmerzhaft Empfundene an der Transformation in der Moderne zuschreibt. Antisemitische Topoi haben offenbar keinerlei Verfallsdatum. Gewendet durch Lenin und seine gedanklichen Vorläufer, wobei Lenin einer rassischen Abwertung der Juden entgegentritt, wird daraus bereits vor über 100 Jahren ein Antisemitismus der Juden-Imperialismus und Kolonialismus unterstellt. Selbst der scheinbar neue Topos vom Siedler-Kolonialismus, einem Forschungsfeld, das seit Jahrzehnten und von der Öffentlichkeit verborgen, zu ganz anderen historischen Sachverhalten beackert wird und nun die breite Öffentlichkeit ausgerechnet mit Bezug auf Israel erreicht. Selbst dieser Umstand erscheine als nicht zuletzt durch den Export sowjetischer Befreiungsideologien in den globalen Süden. Hervorgerufenes Echo der prä- und frühsowjetischen Zuschreibung eines angeblich von den Juden betriebenen europäischen Expansionsdranges – also weit noch vor der Gründung des Staates Israel – der, so argumentierte man schon vor etwa 100 Jahren, sich angeblich durch die Anwesenheit von Juden im britischen Mandatsgebiet Palästina manifestiert. Zuvor und zugleich tritt in Deutschland vor allem im Sinne politischer Wirkmächtigkeit die rassische Variante des Antisemitismus hervor, kulminierend theoretisch schon in der konservativen Revolution, praktisch dann im Nationalsozialismus. Allerdings kann auch diese Variante auf Jahrhunderte der Einordnung von Juden als orientalen zurückblicken. Eine Einordnung, die bis in jeweils landesherrliche Bauvorschriften zur Ausgestaltung von Synagogen sich auswirkte, selbstbewusst gekonnt hat in der Selbsteinordnung der dortigen Juden als orientalen in der Westendsynagoge in Frankfurt mit ihren überwältigenden, ägyptisierenden Bauelementen. Das muss man sich mal anschauen. Das ist sozusagen dann selbstbewusst orientalisch. Wenn ihr uns oriental nennt, dann setzen wir uns hier so ein Ding hin, das sieht aus wie aus Asterix und Kleopatra. Ich weiß nicht, wer noch Asterix kennt von den unter 40-Jährigen, aber popgulturelle Referenzen sind ja immer ein bisschen schwierig. Dann kam die Gründung Israels und ein neuer arabischer Antisemitismus entstand. Ein historisches Trauerspiel galt den Juden doch bis dahin an die Ausbreitung des arabisch-muslimischen Imperiums im europäischen Spätmittelalter mit den sich breit bietenden Möglichkeiten zu jüdischer, ökonomischer und kultureller, auch in Kooperation mit dem Islam, Entfaltung als goldenes Zeitalter des Judentums. Wo man über mehr als 2000 Jahre den Juden ihre Wurzel und Staatenlosigkeit vorgeworfen hatte, war nun genau das Gegenteil, das angebliche Problem. Der Zionismus als Ausdruck des liberalen Denkens des 19. Jahrhunderts, welches Selbstbestimmung hochhielt, einschließlich des Selbstbestimmungsrechts der Völker, er wurde zum Kampfbegriff in namhaften Teilen der Weltgemeinschaft. Kampfbegriff im Sinne einer europäisch-imperialistischen Ausdehnung, ein Echo der sowjetischen Doktrinen seit Beginn der Sowjetunion und sicher nicht unwesentlich Ergebnis des sowjetischen Strebens nach Einflusssphären in der damals sogenannten Dritten Welt, heute eher als globaler Süden angesprochen. Es folgt, immer noch in der Zeitlinie, weltweit der israelbezogene Antisemitismus in all seinen Spielarten, sogleich auch kriegerisch, direkt nach der Gründung des Staates Israel. Im Kern hat er zum Inhalt doppelte Standards an die Akzeptanz eines Staates, der doch eigentlich in nationalstaatlichen Zeiten als Teil des Selbstbestimmungsrechts der Völker verbirgt ist. Nicht unerwähnt bleiben soll schließlich der Shoah-bezogene Antisemitismus, der sich etwa in Leugnung der Shoah ausdrückt, oder dem Vorwurf, Juden und Jüdinnen nutzten die Shoah als Druckmittel, etwa um Geld oder Privilegien zu erstreiten. Konrad Adenauer hat wohl nur deshalb von seiner Ende 1949, ausgerechnet in der jüdischen Allgemeinen Zeitung, präsentierten Idee, 10 Millionen D-Mark als Entschädigung für die Shoah zu zahlen, wir rechnen, 1,67 pro ermordete Person, Abstand genommen und dann innenpolitisch zwar immer noch lachhaft niedrige, aber doch deutlich größere Beträge durchgedrückt, weil er in antisemitischer Paranoia und Selbsttäuschung davon ausging, dass organisierte Judentum würde sonst Deutschland politisch massiv schaden können. Der Katalog der sämstlichst weiter wirkenden Antisemitismen ist dann streng genommen mit der Mitte des letzten Jahrhunderts vorläufig vollständig. Fast alles, was dazu je getan oder gesagt wurde, kann man heute noch hier oder da wiederfinden, bis hin zu den uralten Pogromen, zuletzt am 7. Oktober 2023. Flankierend hinzu kommt allenfalls als ergänzendes Phänomen ein Antisemitismus, den ich neologisch als Farbwechsel-Antisemitismus bezeichnen und auf den ich deshalb separat eingehen möchte. Das war der Schnelldurchlauf. Schauen wir uns einige Dinge genauer an. Etwa, woher kommt der Antisemitismus? Wie ist es zutreffend zu beschreiben, realdefinitorisch oder nominaldefinitorisch? Sehr geehrte Damen und Herren, derzeit stehen zwei Definitionen vor allem in der deutschen öffentlichen Diskussion. Zum einen die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA. Zum anderen die Definition im Rahmen der Jerusalem Declaration. Teilweise eine Antwort sozusagen auf die erste. Beide werden von einer ganzen Liste von Beispielen ergänzt, deren Charakter nicht ganz klar ist. Handelt es sich um Anwendungsbeispiele oder sollen sie eine echte inhaltliche Ergänzung bieten? Die IHRA-Definition spricht wenig klarstellend davon. Die Beispiele dienten der Veranschaulichung. Was auch immer das sein mag. Die am 26. Mai 2016 beschlossene IHRA-Definition lautet... Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeinde, Institutionen oder religiöse Einrichtungen. Einer der maßgeblichen Autoren der IHRA-Definition hat aber jüngst klargestellt, dass die Definition als Analysewerkzeug gedacht sei, also nicht dazu gedacht und geeignet sei, in einen normativen Zusammenhang überführt zu werden. Insofern rennt die an der Definition jüngst zu vernehmende Kritik, wie sie etwa von einer Reihe von Autoren in einem Artikel in verfassungsblog.de zur Implementation der IHRA-Definition ins deutsche Recht vorgebracht wurde, bei den Autoren der Definition offene Türen ein. Die Kritik kann sich daher im Ergebnis nicht gegen die Definition selbst richten, insofern sie sich vornehmlich mit der zuletzt zu beobachten Adaption der Definition in rechtsstaatlich normative Zusammenhänge befasst, weil das eben gar nicht die Intention der Definition war, wo du auch zu förderst, die Wissenschaft in der Rolle wäre, sich mit ihr zu befassen. Als Negativbeispiel wäre etwa, oder Missverständnis, sagen wir mal, wäre etwa zu nennen die Annahme der Definition in einem zwar nicht gesetzgeberischen, aber politischen Akt im Rahmen des sogenannten BDS-Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 2019. Wohlgemerkt, das hatte den Charakter einer rein politischen Äußerung, aber ausgesprochen eben vom gesetzgebenden Organ auf Bundesebene. Insofern unglücklich, als man damit normativ quasi eine Sackgasse betreten hat. Kann der Gesetzgeber die Definition doch nicht weitertragen, sobald er von der politischen Meinungsbildung in seine angestammte Aufgabe wechselt. Das gilt auch deshalb, weil Gesetze üblicherweise mit Begriffen, Nominaldefinitionen operieren, deren Brauchbarkeit an der Eignung zur Erfüllung des Gesetzeszwecks zu messen ist und eben gerade nicht operieren Gesetze mit Analysewerkzeugen. Unglücklich ist daher auch die Adaption dieser Definition von Teilen der Exekutive. So haben jüngst etwa das niedersächsische Kultusministerium und das niedersächsische Justizministerium die IHRA-Definition angenommen, so hieß es, glaube ich, in der Pressemitteilung. Das ist im Detail wenig zielführend, um mal ein Detailbeispiel zu nennen, wo es nicht funktioniert. So ist etwa § 130 StGB Volksverhetzung als praktisch zentral wichtige Vorschrift auf Gruppen als Schutzgut zugeschnitten, während die IHRA-Definition jedenfalls prima facie nur von Individuen spricht. Aber auch generell gilt, in der Exekutive operiert man noch weit mehr als in der Legislative im Bereich der Bindung an normativ vorgegebene Zwecke. Die Bindung der Verwaltung an die Verfassung und an einfache Gesetze, lückenlose Bindung, gibt den unmissverständlichen Rahmen vor. Ein Analysewerkzeug kann dann nie und nimmer operabel sein. Die Definition wäre im Rahmen des legal Vorgegebenen dringend weiterzuentwickeln, etwa für Zwecke der Bildung oder der Strafverfolgung. Soll sie ein geeignetes Werkzeug in der Hand von Lehrern oder Staatsanwälten sein? Als Werkzeug der Analyse unterscheidet sich in meiner Sicht die IHRA-Definition vor allem in zweierlei Weise von der Jerusalem Declaration. Sie nimmt den Antisemitismus als Haltung wahr, der sich dann in Handlungen und Sprechakten ausprägt. Und sie umfasst mehr beziehungsweise andere Handlungen und Sprechakte als die Jerusalem Declaration. Das gilt insbesondere, wie das sogar eine Motivation der Verfasser der Jerusalem Declaration für einen alternativen, insofern engeren Ansatz war für den sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Der gleiche Befund gilt für die weitere Fassung möglicher Adressaten von Antisemitismus in der IHRA-Definition gegenüber der Jerusalem Declaration. Es sind auch Handlungen gegenüber Nichtjuden eingeschlossen. Interessanterweise umgekehrt schließt allerdings die Jerusalem Declaration in ihren Beispielsfällen jedenfalls eine von der IHRA-Definition gelassene praktisch höchstbedeutsame Lücke. Sie will auch den Antisemitismus erfassen. Und mit dem haben wir es in der Praxis ganz häufig zu tun. Ich bin da auch oft vor Gericht. Sei es strafrechtlich, sei es äußerungsrechtlich. In solchen Fällen. Ja, ich vertrete da allerdings gegen Leute, die es auch verdient haben. Irgendwie so Jebsen-Freunde oder Matusek oder Todenhöfer. Oder so. Ja, da wird natürlich dann auch vor Gericht um die Antisemitismus-Definition gerungen. So, das sind auch Handlungen gegenüber Nichtjuden. Und dann ist die Jerusalem Declaration insofern gelungener als die IHRA, weil sie eben eine Lücke schließt. Die will auch den Antisemitismus erfassen, der in Dog-Whistle-Manier, der Empfänger nur versteht ist, getätigte Äußerungen betrifft. Etwa Rothschild Ostküsten-Kapital statt jüdische Finanzverschwörung. Die Definition lautet die Jerusalem Declaration. Wir sind schon so weit. Hervorragend. Also man sieht, das ist sehr, sehr kurz. Und dadurch kommt auch der unglückliche, sozusagen redaktionelle Umstand zustande, dass dahinter eine ganze Reihe von so Beispielen sind. Und das ist natürlich dann sehr, sehr unpraktisch zu handhaben. Ich finde es von der wissenschaftlichen Analyse her, ja, schwierig, die eigentliche Definition so ganz knapp zu haben und es dann doch zu modifizieren, zu erweitern, teilweise zu konterkarieren mit Regelbeispielen. Ja, also sehr eng, einmal objektiviert, sie geht nicht von einem Sentiment aus, sondern sie geht von der scheinbar objektiviert, von der Diskriminierung und der Feindseligkeit und der Gewalt aus, wobei natürlich die Worte Vorurteil und Feindseligkeit ja dann doch wieder ein subjektives Element beinhalten. Aber primär ist sozusagen die Handlung und der Sprechakt, wohingegen die IAA-Definition primär ausgeht vom Hass, vom Sentiment. Die Jerusalem Declaration greift zu kurz, weil sie verkennt, dass das Sentiment primär ist und die Handlung oder Begründung sekundär. Antisemitismus hängt eben nicht vom Verhalten der Juden ab. Man muss leider, so scheinbar schwammig das ist, zunächst auf das Sentiment zurückgreifen. Sonst wird man die Struktur des Antisemitismus nicht verstehen können. Wobei beim Rassismus dürfte es oft genauso sein. Die Ablehnung des spontan empfundenen Fremden folgt dann, der folgt dann die nachgeschobene Pseudo-Begründung. Im Unterschied zum Rassismus tritt der Antisemitismus seit jeher nach unten und nach oben, gegen die Aussätzigen und gegen die Weltherrscher zugleich. Hass ist Trauer, begleitet von einer Idee der äußeren Ursache, so führt es Binosa aus. Das mag dann zur Abwertung führen im Falle der Juden oder umgekehrt zu Neid. Für mich nach wie vor die überzeugendste Erklärung für den Hass. Götz Ali hat das sehr gut ausgeführt. Ein Gefühl der Neid, so mächtig, dass nicht einmal selten Eltern es gegenüber ihren Kindern empfinden. Die Beziehung schlechthin ja eigentlich, in der wir gerne bis in die Instinkte hinein nur Edelmut sehen möchten. Neid, worauf? Auf Modernität hauptsächlich so meine These, darauf, dass die Juden empfunden oder tatsächlich manchmal einen Schritt weiter sind. In der Bildung, in der Frauenemanzipation, in der Urbanität, im Kosmopolitismus, in der Anpassung an den Kapitalismus, umgekehrt auch im Sozialismus. Böse die Reaktion darauf, teils durchaus zutreffend in der Analyse jüdischer Fortschrittlichkeit, was den Neid, und sei es nun zum Beispiel auch auf Israel als Nation, umso mehr immer wieder neu befördert. Maristella Botticini und Zwie Eckstein haben brillant analysiert, woraus der jüdische Bildungsvorsprung und seine trotz aller Diskriminierung weitreichenden Folgen kamen. Natürlich nicht aus der Rasse. Letztlich, ganz kurz gesagt, aus dem Übergang von einer Tempelreligion zu einer rein buchbezogenen Religion nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 der Zeitrechnung. Hernach war es religiöse Pflicht, die Kinder zu bilden. Und das hat, überaus verkürzt gesagt, die Früchte getragen, die man bei knapp 2000 Jahren ohne Analphabetismus und auch sonst großer Bildungsaffinität erwarten sollte. Keine Verschwörung, schlichte Bildungspolitik, die dann wiederum zu Neid führte. Man beachte beim Antisemitismus aber auch die quantitativen Dimensionen. Laut der nun seit Jahrzehnten existierenden Erhebung der US-amerikanischen Anti-Defamation League, basierend auf einem ebenfalls seit Jahrzehnten anerkannten Fragenkatalog, resultierend in regelmäßigen Studien unter dem Namen ADR100, gibt es weltweit 1,09 Milliarden Antisemiten. Wohlgemerkt wird dort die Einstufung einer Person als Antisemit nicht schon aus einer einzelnen antisemitischen Ansicht abgeleitet, sondern aus einer ganzen Reihe von Fragen hinweg als verfestigt einzuordnenden Haltung. Angesichts von etwa 15 Millionen Juden und Jüdinnen weltweit, die Population ist übrigens immer noch nicht wieder auf Prä-Schwarzeiten, ist es im Übrigen hochgradig unwahrscheinlich, dass bei einem Verhältnis von 1 zu 73 mehr als ein Bruchteil der Antisemiten auch nur eine Jüdin oder einen Juden persönlich kennt. Auch das spricht für ein präformiertes Sentiment, statt dass aus emotionslos analysierten und überprüften Fakten rationale Schlüsse gezogen würden. Wie auch? Der Beweis, dass Juden a priori schlechtere Menschen als der Rest seien, steht seit antiken Zeiten noch weit vor Jesus wenig überraschend aus. Und sie sind es auch nicht. Man möchte es eigentlich gar nicht aussprechen müssen. Nähern wir uns nun meinem Vorschlag zu einer Definition von Antisemitismus. In der Folge werde ich Ihnen aus den angebrachten unterschiedliche Perspektiven begründen. Die zwei wichtigsten Perspektiven sind natürlich zum einen die Richtigkeit im Sinne einer Beschreibung und zum anderen die Richtigkeit im Sinne eines praktischen Nutzens. Wo wir es hier mit einem Analgamen aus im Sinne von Walter Dubislav Realdefinition oder Beschreibung und Nominaldefinition oder Begriff zu tun haben, müssen wir folgerichtig zweierlei bedenken. Erstens erfasst die Definitionen die richtigen vorgefundenen Sprechakte und Handlungen, ist sie also weder under-inclusive noch over-inclusive mit Blick auf einen dann weiter begründbaren Vorwurf des Antisemitismus und zweitens ist sie nützlich operationabel mit Blick darauf, welche individuellen und gesellschaftlichen Phänomene wir aus guten Gründen bekämpfen wollen. Mein Definitionsvorschlag ist der folgende. So, das wird jetzt etwas ausführlicher. Ich habe versucht, die subjektiven und objektiven Elemente zu integrieren. Ich habe versucht, das, was mir jeweils bei den beiden anderen Definitionen fehlte, zu integrieren und es auch nochmal zu erweitern, das werden wir gleich im zweiten Teil sehen, auf Handlungen, die sich auch gegen Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden richten können. Das erkennen wir ja auch oft, dass gerade in rechten Kreisen Menschen, die einen bestimmten Namen haben, als jüdisch angegriffen werden und mit solchen Klischees dann überzogen werden und so weiter. Auch das würde ich, obwohl das Opfer nicht jüdisch ist im strengen Sinne, als Antisemitismus fassen wollen und deswegen habe ich es auch hier integriert. Antisemitismus ist der Hass auf oder die Abneigung, insbesondere Verachtung oder Neid gegenüber Juden oder Gruppen von Juden als Juden. Der beziehungsweise die sich in Worten und Taten äußert, wobei die konkreten Worte und Taten geschichtlich und gesellschaftlich wandelbar sind. Die Worte können dabei in der Form eigentlichen und uneigentlichen auch indirekten Sprechens auftreten, in der Form als aktiver Sprechakt oder in der Absicht jüdische oder zum Schutze von Judengemachter nicht jüdische Äußerungen zu unterdrücken. Also das Stummmachen hat für mich auch eine Dimension dabei, nicht nur das Reden. Kommen wir zur nächsten Folie. Worte und Taten können sich beziehen auf Juden, jüdische Institutionen und Körperschaften oder auch auf als vom jeweiligen Sprecher oder Täter jüdisch identifizierte Personen, Institutionen und Körperschaften oder, und sei es nur in der Vorstellung des jeweiligen Sprechers oder Täters, auf Personen, Institutionen und Körperschaften, die dem Schutz oder der rechtlichen oder gesellschaftlichen Gleichbehandlung von Juden dienen. Also das, was wir in der Juristerei den untauglichen Versuch nennen, weil man versucht, eine Tat zu begehen, die gar nicht zu begehen ist, weil das Tatobjekt oder das Tatsubjekt, weil man sich darüber täuscht, diese Täuschung würde ich dann durchaus auch als antisemitisch qualifizieren wollen. Weil es mir eben um das Sentiment geht. Es geht also für mich primär um die subjektive Seite und dann spielt eine Täuschung oder eine Selbsttäuschung auf faktischer Ebene keine Rolle. Also Beispiel Adenauer. So, also seine Vorstellung, dass die Juden dann quasi Deutschland zerstören würden, wenn er nur 15 oder 10 Millionen D-Mark zahlt, die waren natürlich völlig irrig und trotzdem ist er ja davon ausgegangen, das sei so und trotzdem ist er davon ausgegangen, die Juden hätten diese Macht und trotzdem ist er davon ausgegangen, die Juden würden mit der Schoah das durchdrücken und dann ist es für mich antisemitisch, auch wenn seine Prognose auf objektiver Ebene natürlich Quatsch war. Verglichen mit der IAA-Definition versuche ich auch die Form uneigentlichen Sprechens Dog-Whistle-Communication einzubeziehen. Des Weiteren versuche ich im Vergleich zu beiden Definitionen möglichst ohne Anschauungsbeispiele auszukommen. Im Vergleich zur Jerusalem Declaration lege ich Wert darauf, dass eine zutreffende Analyse vom Sentiment auszugehen hat und das Antisemitismus nicht den Juden oder die Jüdinnen als konkretes Gegenüber braucht, also auch Äußerungen oder Handlungen gegenüber nicht-jüdischen Personen einzubeziehen sein können. Zwei Fixpunkte meines Definitionsvorschlages will ich hervorheben. Ich darf mich teilweise wiederholen. Zum einen das Antisemitismus ein Wollen oder zumindest einem Sentiment entspringt und sich erst hernach in Worten und Taten Bahn brechen kann. Er ist also nicht ein autonomes Sprachspiel, sondern viel eher eine Cover-up-Aktion für vorhandene Emotionen und Sentimente. Noch einmal, ich vertrete die These, dass entgegen einer weitverbreiteten Auffassung nicht die Gründe für Antisemitismus zur Ablehnung der Juden führen. Zum Beispiel, die Juden haben Jesus ermordet, deswegen müssen wir sie hassen. Sondern ich meine, dass das Verhältnis genau umgekehrt ist. Es gibt einen in vielen Kulturen und Individuen eingeschriebenen primären, ganz aus sich heraus existierenden Judenhass, der sich dann immer wieder neue Begründungen, man könnte auch sagen, Ausreden sucht. Als Grund ist der Hass zunächst da, dann kommen die Begründungen, und zwar leider nicht nur für den Hass selbst, sondern auch für Entrechtung, Enteignung und Mord. Dafür spricht bereits die Tatsache, dass eine rationale Widerlegung eines vermeintlichen vorgeschobenen Grundes noch nie in tausenden Jahren nicht den Antisemitismus beendet hat, sondern sogleich zu einer neuen, als Begründung getarnten, nachgeschobenen, als Grund getarnten, nachgeschobenen Begründung führte. War es nicht der Jesusmord, war es die Opferung christlicher Kinder. War es nicht mehr die Opferung christlicher Kinder, so war es die Ausbeutung der Christen durch Zinsknechtschaft. War es nicht mehr die Zinsknechtschaft, weil längst andere das Bankensystem dominierten, so war es die soziale Toxizität. Verneinte man dann wie Lenin teilweise die Andersartigkeit der Juden, dann legte man ihn umso mehr zur Last, den europäischen westlichen Imperialismus nach Palästina zu tragen. Wo dieser Vorwurf nicht zentral war, wie insbesondere im Prä-NS und im NS-Deutschland, so war es die rassistische Vergiftung. War das vom Tisch, so war es die Ausbeutung der Schoah, um einen Staat und Entschädigungszahlung durchzuletzen. Wenn man auch dies widerlegen wollte, so kam dann etwa die These, Juden beherrschten und manipulierten die Medien. Wer das widerlegen konnte, dem wird nun entgegengehalten, Juden seien die typischen Siedler-Kolonialisten. Flankiert noch, nachdem Juden zuvor nie als weiß identifiziert wurden, just ab dem Zeitpunkt, ab dem Weißsein kritisch angesehen wurde, Juden seien weiß. Während uns skurrilerweise andere just gleichzeitig weiß machen wollen, Juden hätten vor, die Weißen nicht nur zu marginalisieren, sondern durch Nicht-Weiße auszutauschen. Und ich bin sicher, so traurig das auch ist, wollten sich die in Israel lebenden Juden von dort zurückziehen. So würden nicht nur die Länder, aus denen ihre Vorfahren kamen, inzwischen mehrheitlich Maghreb, die arabisch geprägten Länder des Nahen Ostens und der Iran, aber natürlich auch Europa, vor allem Osteuropa, neue Gründe finden, warum eine Rückkehr zerstörerisch für die aufnehmenden Gesellschaften wäre. Man würde zudem auch einen neuen, übergreifenden antisemitischen Topos finden, warum ein Volk, das lange in Dutzenden und Aberdutzenden Nationalstaaten über Jahrtausende deutlich sichtbar lebte, derzeit aber nennenswert in kaum einer Handvoll Länder, auch dieser Rückkehr in viele Länder einen teuflischen Unterwanderungsplan verfolgte. Der Antisemitismus ist primär, sage ich, die als Gründe genannten nachträglichen Begründungen sind sekundär. Sie hat ja seit Jahrtausenden bis heute und ein Ende ist nicht absehbar. Zum anderen geht es auch insofern nicht um ein reines Sprachspiel, in dem nicht das intellektuelle Amusement im Vordergrund steht, sondern die wohlverstandenen Rechte und legitimen wie legalen Interessen der vom Antisemitismus betroffenen Juden und Jüdinnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir noch einmal vertiefend zum Farbwechsel Antisemitismus. Jahrhundertelang stand in der nichtjüdischen Gesellschaft fest, dass Juden weder im rassischen Sinne, also biologistisch, noch im sozialen Sinne, also als Teil einer weißen Mehrheitsnormativität weiß seien. Sie waren orientalen, also mussten sie, wie bereits erwähnt, orientalisch ihre Synagogen bauen. Sie hatten keinen gleichberechtigten Zugang zum Beispiel zu Countryclubs und Eliteuniversitäten in den USA, weil man die weiß halten wollte. Und diese Liste ließe sich schier endlos verlängern. Noch heute wollen die weißen Suprematisten in den USA nichts mit Juden zu tun haben und Elon Musk ließ jüngst verlauten, die Juden seien auf die Vernichtung der Weißen aus. Derweil sind, nehmen wir das unausrottbare Hautfarben-Denken, mir ist das eher peinlich, aber so ist nun einmal in Teilen der Diskussion stand, die Mehrheit der Juden Israel und bald die Mehrheit der Juden weltweit Mizrahi, also einer östlichen, arabischen, iranischen oder gar äthiopischen Ursprungs. Dennoch beharren Teile der Diskussion, ich vermute um einen lupenreinen Gegensatz zwischen Juden und Jüdinnen einerseits und dem globalen Süden andererseits herstellen zu können, darauf, Juden seien generell weiß. Just zu dem historischen Zeitpunkt, in dem Weißsein im Rahmen der Kolonialgeschichte und deren Aufarbeitung natürlich völlig zu Recht kritisch gesehen wird. Juden und Jüdinnen, so könnte man zugespitzt sagen, wird im biologistischen Rassespiel immer die Eigenschaft zugeschoben, die negativ behaftet ist. Man mag das erklären können dadurch, dass diese Diskussion maßgeblich in den USA entstanden ist. Richtig, das ist der globale Norden und da leben mehrheitlich aschkenazische Juden mit Vorfahren in Nord- und Osteuropa also. Und hinsichtlich dieser Gruppe mag man nach biologistisch- rassistischen Kriterien vom Weiß sprechen können, wie auch davon, es sei im Wege des Aufstiegs der US-amerikanischen Juden innerhalb der Mehrheitsgesellschaft in den letzten vielleicht 40 Jahren, mehr ist es nicht, von sozialem Weißsein heute auszugehen. Nur, das ist die Ausnahme. In anderen Teilen der Welt sind die Juden entweder nicht schlicht weiß im biologisch- rassistischen Sinne, wie in Israel, oder sie sind nicht weiß im sozialen Sinne, im Sinne dessen, dass sie generationenübergreifend beliebig Zugang zu allen gesellschaftlichen Positionen hätten oder auch ihre physische Existenz jeweils lokal nicht bedroht wäre. Ich erinnere nur an die noch heute in vielen Juden und Jüdinnen fortlebenden Beschränkungen des Zugangs zum sowjetischen Elite-Bildungssystem oder auch die Tatsache, dass Ignaz Bubis war vor weniger als einer Generation im Gespräch als Bundespräsidenten- Kandidat mehr als 30 Prozent der befragten Deutschen verlauten ließen, sie wollten keinen Juden als Bundespräsidenten. Bestenfalls also ist die Lage in den USA als weiß anzusehen mit etwa 40 Prozent der jüdischen Weltbevölkerung, da unter 10 Prozent dieser 40 Prozent, also 4 Prozent, mit Zrahim. Auch da also eine namhafte Minderheit. Im Rest der Welt stellt sich das erheblich anders dar. Von den US-Juden auf alle Juden ohne Ansehung des Individuums zu extrapolieren und negative Aspekte des Weißseins zuzuschreiben, sorry, das ist Antisemitismus. Für Israel als dem Land mit der größten jüdischen Bevölkerung kann man den Statistiken klar entnehmen. Der Anteil der Mitzrahim an der jüdisch-israelischen Bevölkerung ist größer als der aschkenazische. Mehrheitlich muss man also jüdische Israelis unter dem rassischen Gesichtspunkt als nicht Weiß lesen. Die Diaspora in Europa und in den USA vor allem ist auch gemischt, meinen halben vorwiegend aschkenazisch Weiß. Hierzu kommen aber Communities, etwa in Indien oder Uganda, die man nun wirklich nicht als Weiß lesen kann. Mir fällt es überaus schwer, da einen rationalen roten Faden zu sehen. Vielmehr entsteht der Eindruck des Schillerns zwischen einem atavistischen Rassebegriff und sozialen Befunden, die wiederum angesichts der Dreiteilung jüdischen Lebens zwischen Israel und den USA und der sonstigen Diaspora allzu undifferenziert ausfallen. Da hat man sich zu fragen, ob die zu beobachtende Begriffsverwirrung nicht einfach in Kauf genommen wird, das Reden von Weiß mit Blick auf Juden und Jüdinnen nicht vielmehr durch die Schaffung eines politischen Kampfbegriffes motiviert ist, der geradezu willkürlich verwendet werden kann. Meine Damen und Herren, nun noch eine Frage, welche Teile der aktuellen Diskussion durchzieht, immer dann, wenn besonders streitbare Positionen von Juden und Jüdinnen kommen und von jeweiligen Sprecher und seinen Adherenten möglichst weitgehend gegen Kritik immunisiert werden sollen, gibt es einen jüdischen Antisemitismus? Ich bin, wie gesagt, kein Freund davon, das A-Wort ohne große Umstände und gründliche Argumentation zu gebrauchen. Von dem Label führt kein Weg zur Differenzierung zurück und wichtiger ist es allemal, erst einmal genau zu sagen, was Sache ist. Dennoch kann natürlich der Gebrauch des A-Wortes epistemologisch richtig sein, nur auch bezogen auf Juden und Jüdinnen. Nein, das sei denknotwendig nicht möglich, hören wir zuletzt immer wieder, vor allem, wenn sich jüdische SprecherInnen gegen scharfe Kritik immunisieren wollen. Zuletzt meist im Zusammenhang mit Israel-Kritik im Sinne von BDS und darüber hinaus im teilweise kontrafaktischen Bashing der hergebrachten deutsch-jüdischen Topografie in Deutschland, Stichwort Zentralrate, ist ja für manche aus den USA oder Israel eingewanderte Juden und Jüdinnen fast schon ein rotes Tuch. Jüdischen Antisemitismus für unmöglich zu halten ist allerdings wenig überzeugend und nachvollziehbare Begründungen über die nur scheinbar selbst evidente Behauptung hinaus habe ich bislang nicht wahrgenommen. Und es ist geschichtsvergessen. Hatten wir doch den jüdischen Antisemitismus damals auch als jüdischer Selbsthass diskutiert, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre schon einmal keinesfalls segensreich. Vom späteren Außenminister der Weimarer Republik ermordet von Faschisten Walter Rathenau erschien schon 1987 das Manifest jüdischen Selbsthasses Höre Israel was im Übrigen das jüdische Glaubensbekenntnis ist, die ersten beiden Worte. Und der jüdische selbsthassende Wiener Philosoph Otto Weineger manchen vielleicht durch sein Frauenhassendes Buch Geschlecht und Charaktereinbegriff von ihm können wir 1903 lesen Also ja, es gibt jüdischen Antisemitismus. Wie es den rassistischen afroamerikanischen Sklavenquäler Stephen verkörpert von Samuel L. Jackson in Quentin Tarantinos Jungle Unchained gibt. Schmerzhaft in der Tat aber wahr. Da ist nichts, was gegen notwendige und leider teils auch zutreffende Kritik als antisemitisch immunisieren würde. Wir haben hier eben keinen Fall eines performativen Widerspruchs. Dass der performative Widerspruch sich quasi selbst löscht, ist ein denkgesetzlicher Befund, kein empirischer Befund. Performative Widersprüche finden sich empirisch massenhaft. Wir sagen nur, dass sie keine denkgesetzliche Geltung beanspruchen können. Für den Bereich der Praxis gilt das nicht. Ich kann sagen, dass ich abnehmen will, während ich gleichzeitig eine ganze Packung Hagen-Daz weglöffle. Das kann sogar ein Akt jüdischen Selbstbewusstseins sein, ist das Unternehmen doch eine jüdische Gründung und erhielt seinen Fantasie dänischen Namen als Dank für die Rettung zahlreicher Juden durch den mutigen dänischen Untergrund. Fun Fact am Rande. Ich kann aber leider nicht erwarten, dass das Vorhandensein eines praktischen Widerspruchs die Folgen der Schlemmer-Aktion neutralisiert und sich die Kalorien nicht auf meinen Hüften absetzen würden. Und eben auf der praktischen Ebene findet sich empirisch jüdischer Antisemitismus, insbesondere wenn er sich von Angehörigen einer jüdischen Gruppe gegen Angehörige einer anderen jüdischen Gruppe richtet. So weit, so betrüblich. Meine Damen und Herren, was können wir nach alledem gegen die beschriebenen Verhaltensweisen tun? Ich kann mir diese Frage nicht ersparen, ist sie doch für deutsche Juden und Jüdinnen existenziell. Mit einer wohlfeilen Illusion will ich gleich aufräumen. Bildung wird überschätzt, ihre Gefahren nicht gesehen. Einmal ist Antisemitismus nicht Unwissenheit, sondern Hass. Deshalb habe ich bei der Definition das subjektive Element vorangestellt. Doch einmal, zum Antisemitismus bedarf es keiner Juden. Und Antisemitismus ist das Problem der Nichtjuden, Sartre. So wie Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, Adorno, sind dabei zutreffende Analysen. Der Antisemitismus hängt weder von den Juden noch von ihrem Verhalten ab. Der Antisemitismus, ich sagte es, der Hass auf die Juden ist primär und die einzelnen Erscheinungsformen sind als verschleiernde Rechtfertigung sekundär. Also, Bildung wird überschätzt. Die Nazis wussten ganz genau, dass zum Beispiel Juden nicht aus christlichen Kindern Matzen buten. Sie waren bei weitem nicht ungebildet. Und der Antisemitismus, den sie dann adaptierten, war sogar wissenschaftlich gestützt, kam aus der Mitte des Bildungssystems. Rassetheorie und Kapitalismuskritik, raffenschaffend, seien als Stichworte genannt. Inzwischen, wenn auch kürzlich, ist die Rassetheorie auf genereller Ebene widerlegt. Wir wissen, dass die Unterschiede zwischen einzelnen Mitgliedern von Gruppen größer sind als die zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen. Der Antisemitismus du jour ist oft israelbezogener. Und der mag von hinterwäldlerischen Nazis gehalten werden, kommt aber auch aus der Mitte von Bildung, Forschung, Kultur. Hilfe Bildung, dann dürfte er sich an den Universitäten, darunter einige der prestigesträchtigsten Bildungsinstitutionen der Welt, wie die US-Ivy League Universitäten in den USA nicht manifestieren. Das Gegenteil ist aber zunehmend der Fall. Zudem, es dürfte deutlich geworden sein, dass gerade was westliche Bildung angeht, selbst die der raffiniertesten bildungsbürgerlichen Art, also Gregum, Latinum, sowas, angesichts der tiefen Verwurzelung von Antisemitismus in der christlich-abendländischen Tradition, Bildung sogar Antisemitismus schaffen und scholastisch weitertragen kann. Es liegt an zu wenig Bildung, ist sicher selten bewusst, im Effekt aber doch allzu oft eine Schwester des Wir haben von nichts gewusst. Das lenkt im einen wie im anderen Fall ab vom eigentlichen Problem des Wollens. Der NS zum Beispiel war ja im Gegensatz zum Stalinismus nicht gegründet auf Terror gegen die eigene Bevölkerung. Zwang. Er war eine echte Mitmachdiktatur auf allen Ebenen. Die Akademiker verdrängten gerne ihre Kollegen und sei es nur, um neue Karriere-Slots zu öffnen, aus Neid, zum Beispiel sicher auch auf die Brillanz nicht weniger, die man zum Teufel wünschte. Hat das Wissen, dass man untadeligen und hochkompetenten Kollegen des eigenen Faches und damit dem Fach selbst auch schadete, geholfen? Nur wenigen, wie wir aus der doch recht reichlich schleppenden Aufarbeitung der NS-Geschichte allzu vieler Wissenschaftsdisziplinen bis heute wissen. Die NS-Mörder, sie mordeten auch gerne. Bildung half nichts. Ben Ferenz, der große Völkerrechtler, einer der Ankläger im alliierten Einsatzgruppenprozess, hat das sogar als notwendig zu zeigen angesehen, wählte er doch für sein als Musterprozess gedachtes Verfahren gezielt 22 akademisch besonders brillante Täter unter den 3000 Angehörigen der Einsatzgruppen aus. Bildung als Phänomen hat eine traditionalistische Seite und dies gerade in der Gefahr, ein Vehikel zu sein, Antisemitismus umso besser zu transportieren, ihn auch noch auf den Stelzen scholastischer oder journalistischer Bildung daherkommen zu lassen. Bildung als Institution und Praxis ist nur so gut wie seine Akteure, seine Materialien, seine Selbstkritik und seine Fehlerkultur. Und Bildung führt dazu, sich davor zu drücken, dort zu mähen, wo das Gras hoch ist und schwieriger zu bearbeiten. Das Wollen ist viel schwerer anzugehen, niedrigschwellig im Nudging, unzuverlässig, schwammig, die Resultate schwer messbar in den Worten des Antisemiten Henry Ford. Die Hälfte der Werbung ist nutzlos, aber ich weiß nicht welche. Da bleibt als Abhilfe dann nur staatliche Repressionen. Nach dem 7. Oktober 2023 im klassischen Sinne tragisch, aber zu Recht rehabilitiert. Sie ist nicht einfach zu handhaben in einem liberalen, verfassungsrechtlichen Rahmen, in der Gefahr in allen politischen Lagern Unmut hervorzurufen, bringt doch schon im Meinungskampf noch diesseits staatlichen Strafens ein einfaches Gegenargument, ein Widerspruch, gerne die Behauptung hervor, es herrsche ein Meinungsverbot. Umso schwieriger ist die Erzeugung möglichst breiter Akzeptanz, wenn tatsächlich ein juristisches Meinungsverbot besteht. Herrscht doch der Volksglaube, Artikel 5 garantiere Sprechfreiheit, nicht lediglich Meinungsfreiheit. Dem hat man ein doppeltes Nein entgegenzuhalten. Einmal Nein. Meinungsfreiheit ist nicht dasselbe wie Freedom of Speech, was wörtlich übersetzt, ohne den Hintergrund dessen im US-amerikanischen Rechtssystem in den Blick zu nehmen und auf Deutschland übertragen. Verstanden werden könnte dahin, jeder Sprechakt sei durch die Verfassung geschützt, wo doch eben nur Meinung geschützt ist. Eine Teilmenge der Sprechakte, dies sauber herausgearbeitet, zuletzt in der Haverbeck-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo es sinngemäß heißt, dass verfassungsmäßig schützenswerte Meinungen nur die ist, welche potenziell dem demokratischen Diskurs dienen kann und eben nicht die schlichte Verbreitung von Unwahrheiten. Und Nein, zum Zweiten, gegenüber der weitverbreiteten Auffassung, wenn das Grundrecht der Meinungsfreiheit betroffen sei, sei die Meinung bereits geschützt. Nein, geschützt ist sie erst, wenn das Grundrecht nicht nur betroffen, sondern verletzt ist. Und in dieses Verdikt gehen im Wege einer unerlässlichen Abwägung insbesondere die Grundrechte anderer ein. Was gerade bei Juden oft vergessen wird, existieren sie doch oft in der primären Wahrnehmung nur als tote Opfer und darüber hinaus als zwar lebende Menschen, doch nur in marginaler, geradezu unsichtbarer Erscheinungsform, auch hier wieder im Standard-Aggregatzustand als Opfer, deren Existenz vom besonderen Schutz der politischen Klasse abhängt. Da vergisst man allzu schnell, dass sie ganz banal wie jeder Mann und Frau einen unhintergehbaren Anspruch auf gleiche Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit, Gleichbehandlung, Religionsfreiheit und ihrerseits Meinungsfreiheit genießen. Wenn man zum Beispiel im Rahmen einer Diskussion zu Antisemitismus von einem gestandenen weißen, nichtjüdischen Journalisten bei einer Qualitätszeitung liest, wir müssten Rassismus auch mal aushalten, dann ist das in zweierlei Hinsicht bösartiger Unfug. Wir, im Sinne einer allgemeinen verstandenen Gruppe müssen das nicht aushalten. Es haben die Opfer von Rassismus oder eben Antisemitismus auszuhalten. Und sie müssen es eben nicht aushalten. Worin soll denn der deontische Operator liegen, der einen solchen Schluss zulässt? Andersgewand, welche legale, moralische, sittliche, politische Pflicht soll denn ein solches Müssen des Aushaltens von Rassismus und Antisemitismus vermitteln? Nein, so eine These ist glatt rassistisch, glatt antisemitisch, denn eine solche Pflicht kann ja nur in einem Sonderopfer bestehen, dass man zum Zwecke eines möglichst hemmungslosen Diskurses der Übrigen gerade und allein den Opfern von Rassismus und Antisemitismus gerade in dieser ihrer Rolle abverlangt und ihnen so exklusiv weniger an Menschenrechten zubilligt. Der Kampf gegen Antisemitismus durch Bildung scheint da, gerade wenn man es oberflächlich macht, fein konfliktfrei zu sein. Da nimmt man eine zusätzliche Seite über das Judentum im Schulbuch auf, natürlich illustriert mit immer denselben zwei Fotos. Ich spitze mir das wohl bewusst polemisch zu. Ein Schwarz-Weiß-Foto wie aus dem Verbrecher-Album, auf dem Opfer zu sehen ist und eins in Farbe eines männlichen frommen Juden, sofort erkennbar durch Päes und so, damit man in schöner Tradition äußere Merkmale behaupten kann und der Jude auch auf den ersten Blick als Jude erkennbar ist. Texte sind das eine, Ikonografie das andere, oftmals wirkmächtigere gegen derartige Verzerrungen und Fehldarstellungen regt sich allerdings Widerstand von jüdischer Seite. Die Zeiten, in denen unwidersprochen im Bildungsbereich ein Bild von Juden gezeichnet werden kann, ohne die Juden einzubeziehen, sind zunehmend vorbei. Also, was wir jetzt brauchen, ist auch Repression. Ich spreche es ganz offen aus, da kann ich mir gar der Zustimmung Adornos als Vertreter des Anti-Autoritären sicher sein. Wer mit Bildung nicht zu helfen ist, so hat er sinngemäß in dem schon erwähnten Vortrag vor Pädagogen 1962 gesagt, dem müssen wir eben mit Autorität begegnen. Und so ist das dann leider. Wir brauchen eine Polizei, eine Staatsanwaltschaft, eine Richterschaft, ein Strafgesetzbuch, das durch einen klaren Antisemitismusbegriff in handlungsfähiger und handlungswilliger Weise informiert, geprägt und geleitet ist. Staatsbürgerliche Freiheiten und physische Sicherheit der Juden und Jüdinnen in Deutschland sind nicht abwägungsfähig, genauso wenig wie dieselben Interessen anderer marginalisierter Gruppen. Und das lasse ich jetzt einmal so hart stehen, ganz bewusst als Liberaler, Freund eines schlanken Staates und möglichst weitgehender Freiheit der einzelnen Bürger und Bürgerinnen. Weil mir nicht reicht, was wir bislang im Kampf gegen den Antisemitismus erreicht haben und weil ich schon gar nicht bereit bin, Rückschritte oder Bequemlichkeit im Status quo hinzunehmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für Ihren so klaren und informationsreichen Vortrag und auch für den Definitionsvorschlag, den Sie gemacht haben. Wie immer nehmen wir Fragen entgegen und zwar zunächst aus dem Hörsaal hier in Düsseldorf, dann aus dem Hörsaal in Berlin und schließlich aus dem Zoom-Chat. Also zunächst hier das Publikum in Düsseldorf. Herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich hätte eigentlich eine Frage über Ihre Vorschlag zur Definition. Also als ich das verstanden habe, sollte es diese subjektiv und objektiv Orientierungen integrieren, aber mir fehlt es sozusagen eine wahrnehmungsorientierte Verhalten in der Definition oder zumindest ich habe das nicht verstanden. Und wenn ich da sage, dann frage ich, wie könnte man zum Beispiel von Sprechpositionen in die Rede bringen. Und ja, ich verstehe es, ich verstehe Ihre Position oder Ihre Definition als so eine noch objektiv orientierte Definition und ich meine auch, dass es so gesetzlich oder zumindest in eine Handlungsform von aktiver Perspektive auskommt, sodass es eine gesetzliche und subjunktion orientierte Definition präsentiert wurde. Ja, das war dann meine Frage. Vielen Dank. Soll ich gleich darauf antworten? Ja, bitte. Ja, vielen Dank, das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich einer der Punkte, wo man nachdenken muss und wo man dann auch sehen muss, wie man das, wenn man das jetzt überführen würde, in praktischer Handhabe, zum Beispiel für Staatsanwälte, wie man da mit diesem Punkt umgeht. Mir ist es, glaube ich, schon wichtig, also, ja, wir können den Leuten nicht in den Kopf schauen, das ist auch immer das Problem der Juristen, wir können aber schon auch sozusagen ermitteln, Indizien dafür finden, was im Kopf drin ist. Also, um zunächst mal den umgekehrten Fall zu sehen, wo ich Antisemitismus ausschließen würde über so eine Definition. Wir hatten in der jüdischen Gemeinde in Göttingen, da hat jemand mit so Hakenkreuzen so Zettel gemalt und hat sie durch den Zaun geschmissen. So, jetzt würde ja die Jerusalem Declaration sagen, da das gegen jüdische Institutionen gerichtet war, ist es antisemitisch, auf einer ganz objektiven Ebene. Der Mensch war polizeibekannt, er ist psychisch krank. Ich bin auch nicht bereit, bei Menschen, die psychisch krank sind, die zu verteufeln. Wir sollten nicht den Schutz gegen Antisemitismus sozusagen mit der Aufgabe von Behindertenrechten eingehen. Der wusste also wirklich nicht so richtig, was er tut. Natürlich kann man sich fragen, was bedeutet das für die Gesellschaft, dass sich in Menschen, die nicht so richtig wissen, was sie tun, sowas komischerweise emaniert. Aber das war dann der umgekehrte Fall. Das war also jemand, der vielleicht gar keinen Hass auf Juden hatte, aber irgendwie mitgekriegt hat, dass diese Hakenkreuze, dass das irgendeine Provokation ist. Der würde dann durch meine Definition rausfallen, weil ich sage, das subjektive Element fehlt, wohingegen die Jerusalem Declaration Definition hätte ein Riesenproblem, diesen Fall außen vor zu lassen und würde sozusagen over-inclusive auch die Fälle mentalbehinderter Menschen mit einbeziehen. Der andere Fall, und ich glaube, da ist es dann praktisch wichtig, wenn wir auch über Dog Whistle und indirektes Sprechen und so weiter reden, ist dann schon, wenn ich jetzt mal an die kriminalistische Praxis denke, wenn jemand dauernd über das Ostküsten Kapital herzieht oder über die Kraken, die über die Welt ziehen oder so und dann sagt er, ich habe doch das Wort Jude nicht genannt. Wenn dann aber aus anderen Zusammenhängen bekannt ist, dass er sich antisemitisch geäußert hat, dann kann man natürlich den Schluss ziehen und das auch gut begründen, dass eben auch aus diesem vorhandenen Hass diese anderen Dinge dann auch in antisemitischer Weise zu interpretieren sind. Das ist vielleicht jetzt eine sehr juristische Vorgehensweise, weil wir es aus dem Strafrecht eigentlich immer so kennen, dass wir ein subjektives und ein objektives Element haben, aber ich meine nicht ganz Unrecht, es hat sich bewährt und zurechtweisen auf praktische Probleme hin, aber dann müssen wir halt klarkommen. Dann würde vor Gericht, wenn es zum Strafprozess kommt, dubio pro reo gelten, wenn es nicht nachzuweisen ist, aber zumindest halte ich es für wichtig, mal auf beide Elemente hinzugucken, um mal die einen, die keinen Hass haben, sondern aus irgendwelchen Gründen, die sie gar nicht wissen, irgendwelche Hakenkreuze krickeln, auszuschließen und die anderen, die gerade nicht die Hakenkreuze machen, aber so indirekten Kram reden, das doch als Antisemitismus identifizieren zu können, weil man diesen grundlegenden Hass herausarbeiten kann. Prima, eine weitere Frage aus Düsseldorf, Julia. Ja, erstmal danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage zum Farbwechsel Antisemitismus und zwar, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Antisemitismus, den ich erfahre, als Nachfahre aschkenasischer Juden, der auch nicht sofort über Nachname oder irgendwelche Merkmale des Praktizierens als solcher identifizierbar ist, sich sowohl in Qualität als auch in Quantität unterscheidet zum Beispiel von dem Antisemitismus, den mit Israel Juden erfahren. Also, es gibt da einerseits die Häufigkeit, dass ich den Vorteil habe, mich als solcher erkennen zu geben, erkennen geben zu können und erst dann eben in die Gefahr komme, Antisemitismus zu erfahren. Und es gibt dann noch die andere Dimension, dass eben mitraische Juden oder auch zum Beispiel Beta Israel teilweise noch intersektional von anderen Formen von Rassismus betroffen sind. Und mir scheint, dass eine Antisemitismus Definition diese Dimensionen auch erfassen sollte. von daher ist mir noch nicht so klar, wie im Sinne des Farbwechsel Antisemitismus der Antisemitismus, den zum Beispiel aschkinasische Juden erfahren, als ein Rassismus gegen Nicht-Weiße gesehen werden kann. Ja, also zwei Differenzierungen. Es gibt schon einen großen Teil des Antisemitismus gegen aschkinasische Juden, der meist erachtens auch als Antisemitismus gegen Weiße gesehen werden kann. Das sind ja mal im Kern die 40% der jüdischen Weltbevölkerung in den USA abzüglich der 4% mit Sraien. Und daher kommt dann diese Diskussion auch sehr stark, weil die Menschen in der Selbstwahrnehmung sich auch wirklich als Weiß sehen und weil sie alle Positionen der Gesellschaft zumindest mal potenziell besetzen können. Da würde ich auch niemals davon reden, es fällt schwer dazu argumentieren, dass das Nicht-Weiß wäre. Das aber zu extrapolieren auf alle und dann nicht genügend zu differenzieren zwischen den unterschiedlichen Gruppen oder auch intersektionalen Situationen, das halte ich für falsch. Ich glaube eben, dass es einerseits eine Gruppe gibt von aschkenazischen Juden, die im sozialen Sinne nicht weiß sind. Wenn man sich zum Beispiel die Behandlung der Juden in der Sowjetunion anschaut oder in Indonesien, wo das Judentum als Religion nicht anerkannt ist und die müssen dann Christ in den Pass schreiben und es gibt eine Schoah-Leugnung in Indonesien, obwohl da auch die Schoah stattgefunden hat, durch die Japaner durchgeführt, da würde ich schon sagen, indonesische Juden würde ich unabhängig von der Hautfarbe, obwohl einige von denen aschkenazisch sind, weil aus den Niederlanden eingewandert, schon innerhalb der indonesischen Gesellschaft nicht als weiß lesen, weil sie halt marginalisiert sind, weil sie sozial nicht weiß sind. Und dann gibt es eben die wie Mitzrahim oder äthiopischen Juden oder ugandischen Juden oder indischen Juden, wo ich es absolut lächerlich finde, die als weiß zu bezeichnen. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Teil der Unbildung, dass man diese Communities nicht kennt und das ist ja fast skurril und wie viel progressiver selbst das ganz konservative Oberrabbinat in Israel ist, die jetzt dabei sind, tatsächlich die Juden Uganda anzuerkennen und auch die Juden in Indien anzuerkennen und denen eine Einwanderungsoption zu geben. Also auch das wäre für mich eine Gruppe, wo es eigentlich lachhaft ist, sie als nicht weiß zu bezeichnen, als weiß zu bezeichnen. Das ist für mich, bei denen, die man zu allen Gesichtspunkten rational als weiß bezeichnen würde, wären die 36% der jüdischen Weltbevölkerung die aschkenasischen Juden in den USA. Bei allen anderen würde ich differenzieren, zwar genau auch aus intersektionalen Gründen. Intersektionale Gründe kann es ja auch bei, ja im weitesten Sinne vielleicht auch bei aschkenasischen Juden in Deutschland geben, weil sie genau, weil sie halt gerade aufgrund des auch gegen Aschkenasen wirkenden Assemitismus meinetwegen Probleme haben, in gewissen Parteien Karriere zu machen oder einem Misstrauen ausgesetzt sind oder ne, also ganz klaren Zahlen, wenn man es vielleicht so beantworten soll, ja, die 36% USA sind weiß und bei dem Rest müssen wir drüber reden. Da habe ich ein absolutes Problem mit dieser Verallgemeinigung und zu teilen halte ich die für schlicht falsch. Ich würde jetzt erst mal nach Berlin abgeben. Gerd, in euren Hörsaal. Ja, danke auch von mir für den Vortrag. Ich würde gerne drei Punkte anbringen, die mich interessieren würden, was ihre Meinung dazu ist oder ihre Haltung. Und zwar einmal bezüglich der Definition habe ich mich gefragt, inwiefern ihre Definition praktisch anwendbar ist, also ein Kriterium, was sie ja selber daran gestellt haben, weil inwiefern sollen Behörden umsetzen können, auch Vorstellungen einzubeziehen sozusagen in die Bewertung, ob etwas antisemitisch ist oder nicht und inwiefern ist das praktisch anwendbar. Und dann haben sie die These gemacht, ja, halt durch stärkere, krassere Repressionen im Endeffekt, was eine sehr starke These war im Endeffekt, dass sozusagen, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen einen autoritären Staat, der einfach entscheidet, wann sowas so ist und dann nicht. Und da würde ich sie auch gerne fragen, ist nicht im Endeffekt, hat es nicht historisch sich gezeigt, dass Repressionen nicht unbedingt die richtige Umgehensweise ist, um etwas zu ändern, erstens. Zweitens, blockt man dann nicht jede Art von Dialogförderung aus in der demokratischen Gesellschaft? drittens, widerspricht das nicht unseren demokratischen Grundwerten? Und viertens, haben sie auch gesagt, eine Bildung ist nur so gut wie ihre Fehlerkultur? Haben wir nicht auch oft gemerkt, danach, vor allem nach autoritären Staatssystemen, dass wir Fehler gemacht haben und dass es vielleicht nicht so schlau war, was wir unterdrückt haben? Man weiß es halt im Endeffekt nie und es ist irgendwie sehr, also es geht irgendwie von einem fast schon einem arroganten Bild aus, dass die eigene Meinung richtig wäre oder dass das, was man verbietet, auf jeden Fall der richtigen Definition entspricht und das finde ich vielleicht auch als Philosophin irgendwo mit Vorsicht zu genießen und als dritten Punkt finde ich es auch schwierig, weil ich mich frage, inwiefern diese Definition nicht wirklich jede Art von Kritik am Staat Israel und seinem Handeln unmöglich macht oder direkt verfolgbar von staatlichen Behörden machen würde. Ja, das wären so meine drei Punkte, das fände ich interessant zu hören, was Sie dazu denken. Ja, danke, ich fange mal mit der ersten Frage an, inwieweit ist das praktisch anwendbar? Da gebe ich Ihnen recht, das ist per se nicht überall praktisch anwendbar, ich würde da auch ungerne in den selben Fehler reintappen wollen, dass jetzt irgendwelche Behörden sagen, ach, das finden wir jetzt ganz gut, dann nehmen wir jetzt das, weil man damit nicht weiterkommt. ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dafür, warten Sie mal, ich blätter jetzt gerade noch mal meine Definition noch mal auf, so, gebe Ihnen ein Beispiel, ich war vor vier oder fünf Wochen, ich glaube, ich muss eher hier in die Kamera gucken, das ist immer was, da, genau, das ist ja Wirrende, auch wenn man so einen Beamer hat, man mit der Fernbedienung versucht, über die Leinwand zu steuern, aber es ist ja hinter einem alles die Technik. Ja, also völlig richtig, das, was in Ihrer Frage an Kritik enthalten ist, ja, das lässt sich doch jetzt nicht so lückenlos in die Praxis übertragen, haben Sie vollkommen recht, das muss halt sehr klug und dann eben nicht autoritär, sondern im Diskurs, an dem alle beteiligt sind, an dem auch Juden und Jüdinnen vor allem mal beteiligt sind, in praktisch handhabbare Dinge umgewandelt werden. Es gibt einen gewissen Schutz davor, dass wir dann in so eine Diktatur der Definition treten, ja schon dadurch, dass wir eine unabhängige Richterschaft haben. Wenn wir jetzt mal Sie sagten, Sie sind Juristin, den rechtlichen Bereich nehmen, ist natürlich einem Richter so eine Definition ohnehin allenfalls ans Herz zu legen, niemals vorzuschreiben. Die Justizministerin hat aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit überhaupt nicht die Möglichkeit dazu, sondern es kann im Bildungsbereich in Teilen durchgesetzt werden, weil es da eine Hierarchie gibt und es kann natürlich gegenüber den Staatsanwaltschaften, Polizeien in Teilen durchgesetzt werden. Aber auch das wäre dann noch anwendungsbezogen zu modifizieren. Ich war vor drei oder vier Wochen bei der niedersächsischen Justizministerin mit unserem niedersächsischen Antisemitismusbeauftragten zusammen und habe ja auch ganz klar gesagt, wenn Sie jetzt diese IHRA-Definition adaptiert haben, das bringt doch gar nichts. Damit kann doch kein Staatsanwalt, niemand kann doch damit arbeiten. Wir müssen doch jetzt in einem zweiten Schritt das nehmen und das runterbrechen und in einer verfassungskonformen Weise, in einem guten Diskurs so umwandeln, dass da vielleicht ein Staatsanwalt was mit anfangen kann. sagt es ja, gute Idee, aber die Leute sind sowieso durch die Diskussion erstmal überfordert, wir machen das mal so in einem Jahr. Und so würde ich meins eigentlich auch sehen. Natürlich muss das bezogen auf Justiz oder bezogen auf Bildung, wenn man das mal so als Anregung nähme oder als Steinbruch, aus dem man so ein paar Sachen nimmt, dann nochmal angepasst werden. Sie sprachen jetzt sozusagen die Gefahr eines autoritären Bildungseingriffes an und dass die Gefahr besteht, wenn ich jetzt sage, meine Definition ist richtig, so muss das in allen Schulbüchern stehen, naja, das wäre ja ein Traum, wenn das so wäre, aber das genaue Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben im Moment seit einigen Jahren und wirklich erst seit einigen Jahren eine Kommission zwischen Zentralrat und anderen jüdischen Playern und der Kultusministerkonferenz, um mal langsam dafür zu sorgen, dass der allergrößte Unsinn aus den Schulbüchern rauskommt. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, in einem sehr bekannten Braunschweiger Schulbuchverlag, ganz neue Auflage, da wurde als Definition für Antisemitismus geboten, Antisemitismus ist der Hass gegen semitische Menschen. Semitische Menschen leben im Maghreb und in Nordafrika und in den arabischen Ländern. Das ist also ein aus der Ethnologie und aus der vulgären Ethnologie und aus den Sprachwissenschaften kommender Antisemitismusbegriff, der bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts verworfen wurde. Und da kriegen sie so eine Seite im Schulbuch zugespielt, wo das da drin steht. Wo man natürlich merkt, da hat es überhaupt keinen Dialog mit Juden und Jüdinnen gegeben, weil jeder normal gebildete Jude hat sofort gesagt, da muss man die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Eigentlich sowieso jeder gebildete Mensch. Und ich glaube, deswegen war mir es auch ein bisschen wichtig, heute als Titel der Veranstaltung zu haben, aus jüdischer Perspektive, um halt nochmal zu neggen, wir sollten alle auf gleichberechtigter Ebene miteinander diskutieren, damit am Ende gute Ergebnisse rauskommen. Also auch da würde ich mir einen Diskurs wünschen und natürlich keine Diktatur durch irgendwelche vorgegebenen Definitionen und dann war ihre letzte Anmerkung bezog sich auf Israel ich weiß jetzt gar nicht Israel kommt in meiner Definition nicht vor. Also ich habe das ganz bewusst offen gelassen. War das natürlich ein schwieriges oder weil das eine sehr erbittert geführte Diskussion ist die man vielleicht nebenher nochmal besprechen sollte. Es ist sozusagen indirekt enthalten aber ich habe natürlich den Teufel getan da rein zu schreiben dass Kritik an Israel antisemitisch ist und das steht deswegen nicht in meiner Definition weil ich der Meinung bin es wäre falsch wenn ich es reingeschrieben hätte. Also insofern kann ich das nicht sehen dass meine Definition gegen legitime Israel Kritik immunisieren würde und ich glaube man kann Israel Kritik ob sie antisemitisch ist oder nicht aber dafür braucht man keine Sonderkriterien das kann man relativ leicht auch an Hand von Maßstäben bestimmen die für übrige Erscheinungsformen des Antisemitismus gelten. Die zweite Frage aus Berlin. Vielen Dank. Hallo. Ja danke auch nochmal aus Berlin. Meine Frage betrifft auch Ihren Vorschlag. Mich würde interessieren inwiefern Objekte, Elemente, Dinge, die keine Sentimente haben Ihrem Vorschlag nach noch antisemitisch sein können. Also wenn wir zum Beispiel von strukturellem Antisemitismus sprechen wollen, ich weiß nicht, ob Sie das wollen, können Strukturen antisemitisch sein, können ich weiß es nicht, Ausstellungen, Entscheidungen und so weiter und so fort, können diese Dinge antisemitisch sein oder ist das mit dem Sentiment nicht, genau, fällt das nicht raus. Vielen Dank. Ja, gute Frage. und die ja auch zu Recht erinnert an die immer wieder geführte Diskussion, ob es strukturellen Rassismus in Institutionen gibt. ja, es kann strukturellen Antisemitismus geben, wobei ich immer vom Individuum ausgehen würde. Ich würde nicht umgekehrt von der Institution ausgehen. Ich würde immer vom Individuum ausgehen, was ich natürlich dann in der Vielzahl individueller Handlungen oder auch in individuellen Leitungsversagen dann in strukturelle Schwierigkeiten verwandeln kann. Das hat ja fast schon so ein bisschen was Entlastendes, wenn man sagt, die Institution selbst ist antisemitisch. Nein, das sind natürlich die Menschen, die da handeln, die Fehlentscheidungen treffen und am Ende nehmen wir mal so einen Fall des allerschlimmsten Rassismus. Ich habe das im Podcast, das hat man glaube ich dreimal, so einen Jura-Podcast, den ich acht Jahre gemacht habe, Uriallo. Das Primäre ist auch da für mich natürlich immer auf das rassistische Fehlverhalten der einzelnen dort tätigen Personen zu kommen und davon auszugehen und dann in einem zweiten oder dritten Schritt zu fragen. Das hängt für mich aber nicht damit zusammen, ob ich die Personen, die da handeln, als rassistisch ansehe oder nicht, sondern das ist kategorial was anderes in dem zweiten oder dritten Schritt zu fragen, ob es in der Sachsen-Anhalt in der Sachsen-Anhaltinischen Polizeistrukturen gibt, die so etwas begünstigen oder eben nicht genügend verhindern. Das würde ich ungerne vermischen, das Institutionelle und das Individuelle. Ich mal in den Zoom, ob es dort Fragen gibt. Ich sehe im Chat, da steht eine kleine Eins, ich weiß aber, dass das eine alte Eins ist. Gibt es aus dem Zoom-Chat Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Dann ist der Hörsaal in Düsseldorf wieder dran. Ja. Ich habe eine Frage, die ist nicht expletit auf Antisemitismus, sondern eher auf Behindertenfeindlichkeit. Sie haben ja eine Definition, die man ja auch quasi für Behindertenfeindlichkeit quasi umschreiben könnte. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, dass man das Handeln von Mitarbeitenden zum Beispiel in der Stadt Düsseldorf von der Stadt Düsseldorf trennen müsste. Wenn aber dann eine Handlung der Stadt Düsseldorf theoretisch behindertenfeindlich ist, jemand dadurch massiv geschädigt ist, der behindert ist, ist das dann nicht trotzdem auch quasi institutionelle Diskriminierung gegen diese eine Person? Weil, also wenn da quasi, sag ich mal, so viele nachher beteiligt sind, dass das gar nicht mehr nur eine Person ist, sondern eine ganze Abteilung oder ein ganzes Amt? Ja, das kann so sein. Sie nennen ja zwei Möglichkeiten auf der institutionellen Seite, dass es sich gegen eine behinderte Person richtet, wobei der klassische Fall der strukturellen Behindertenfeindlichkeit wäre ja, dass das ganze Amt so tickt, das am Ende ein behindertenfeindliches Ergebnis rauskommt. Aber ich würde das schon, jetzt kommen wir sozusagen wieder zum Thema Analyseinstrumente, ich würde das eher schon mit den Instrumenten analysieren wollen, mit denen man Institutionen, Verfahren und sowas analysiert hat und so eine Definition ist ja eher dann, soweit es sich um Analyseinstrument auch noch handelt, geeignet individuelle Personen da festzustellen. Ich will da vielleicht auch mal ein Beispiel bringen, ich stehe ja immer so gerne so sinnlose Strafanzeigen, wir hatten in Hannover den Fall, dass es über Jahre die Handhabung gibt, Sinti und Rom umzusetzen in menschenwürdige Unterkünfte und das war wirklich ein planvolles Vorgehen, was ja auch dann Kinder zum Beispiel betraf. Für mich eine klare Straftat, nämlich Verletzung der Fürsorgepflicht für Schutz Befohlener, weil dann irgendwelche schimmeligen Unterkünfte gebracht wurden, um sie quasi abzuschrecken, sich in Hannover anzusiedeln. So, das würde ich klar für ein institutionelles Fehlverhalten halten, aber eben auch aufgrund ganz anderer Herangehensschritte. Ich würde erstmal analysieren, wie viele Menschen waren daran beteiligt? Haben sie sich untereinander verabredet? Hat die Leitung das akzeptiert? Wie ist man dann mit der Kritik, die zuerst aus der Presse kam, umgegangen? Hat man diese Kritik wieder weggepackt? Das wären für mich so Kriterien des Institutionellen und das muss ich ja gar nicht ausschließen. Hinzu kommt natürlich, dass sie um so eine institutionelle Diskriminierung von Sinti und Rom durchzusetzen, brauchen sie natürlich auch die Sachbearbeiter, die das mit sich machen lassen und die das so ganz NS-mäßig, angeblich waren das ja alles Befehlsnotstände, nee, die finden das gut. Die denken, sie sind da auf der richtigen Seite der Gerechtigkeit. Also ich würde es als zwei verschiedene Felder ansehen. Spannend, das, was sie ansprechen, mal zu gucken, wo fließt das ineinander, wo sind so diese Scharnierstellen dazwischen, aber ich würde diesen Tunnel eigentlich eher von zwei entgegengesetzten Enden bohren wollen. Ich würde Berlin auch nochmal die Gelegenheit geben für eine letzte Frage. Gibt es bei euch eine? Nehmen wir noch eine, ja? Dankeschön. Ich habe nochmal eine Frage zu Ihrem Beispiel von opportunistischen Professoren in der NS-Zeit, die irgendwie ihre jüdischen Kollegen halt genau irgendwie ja aus Karrieregründen, aus Opportunismus ihre Plätze einnehmen wollten. und ich frage mich, wie genau ihre Definition da Anwendung findet. Ich habe das nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, aus zwei Gründen. Einmal weiß ich nicht genau, ob da tatsächlich so Hass oder negative Emotionen gegenüber den jüdischen Personen vorgelegen hat oder nicht eher einfach nur eigene Gier und die gesamtgesellschaftlichen Umstände waren einfach nur so, dass die jüdischen Personen gerade die Leidtragenden dieser Gier waren. Also es hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, irgendwie Karriere zu machen, wenn man halt jetzt antisemitisch ist. Also das ist vielleicht jetzt ein hypothetisches Beispiel. Es kann gut sein, dass sehr viele Professoren natürlich auch antisemitisch waren, auch im strengen Sinne, aber was würde man mit dem hypothetischen Beispiel machen. Und zweitens dann auch selbst wenn zum Beispiel Neid vorlag, was man hier denke ich auch plausibel argumentieren könnte, dann liegt dieser Neid ja nicht gegenüber Jüdinnen und Juden als solche vor, sondern eher als Hindernisse in der Karriere Leiter oder die Beseitigung der Jüdinnen aus der Universität zum Beispiel als Karriere Chance und deswegen der Neid nicht gegenüber ihnen als jüdische Personen. Genau. Ja, das ist in der Tat ein Grenzfall und wir haben das ja historisch auch immer wieder gesehen, dass Professoren in solchen Situationen sich auch dann herausgeredet haben, mit dem ja, da war ja sowieso nichts zu machen und so weiter und man kommt natürlich dann auch in den Bereich rein des Unterlassens. Das ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Anregung, ob es sozusagen auch ein antisemitisches Unterlassen gibt. Ich habe hier nur von Taten gesprochen, Taten sind ja eine Seite des Handelns, die andere Seite ist das Unterlassen. Naja, also kommt vielleicht sehr auf den Einzelfall an, das ist natürlich jetzt eine Juristenantwort, ja, aber in der Praxis ist es dann ja schon so abgelaufen, dass dann diejenigen, die denunziert haben, mit denen zusammenhingen, die die Stellen auch besetzt haben, das war dann ja schon geplant, bestimmte Leute dazu zu integrieren. Und kommen wir dann nicht doch bei einer gewissen Verdichtung dieser Intrigen, die dahinter gestanden haben, das waren ja nicht so, dann waren die halt weg und dann gab es so eine freie Ausschreibung, sondern vieles ist dann über Intrigen passiert. Und ich denke, in solchen Fällen kann man dann schon auch von antisemitischen Taten sprechen, auch wenn es Intrigen waren, dann im Zusammenwirken mit anderen. Also ich würde es so sehen. Und so ein bisschen Red Flag für mich ist ja auch, dass dieses Thema bis heute ausgespart wird. Wir hatten eine Tafelenthüllung vor der Akademie der Wissenschaften in Göttingen und da waren dann die ganzen rausgeworfenen Kollegen zu sehen und festgehalten und dann waren noch die vier Leute, die sich für sie eingesetzt haben darunter und diejenigen, die die Rauswürfe befördert haben, davon profitiert haben, die bleiben im Dunkeln. Ich hätte mir also auch gewünscht, dass die Tafel genau in diesem Bereich der Täter, die da unsichtbar bleiben, erweitert worden wäre. Insofern ist ein historisches Erkenntnisproblem, deswegen kann ich Ihnen schwer darauf antworten, weil es nach wie vor ein großes Tabuthema ist, bei diesen Professoren und Kollegen Täterforschung zu betreiben. Wir sind leider schon wieder am Ende der Zeit. Bevor wir unserem Gast noch mal danken für den Vortrag, habt ihr eine Ankündigung für die nächste Woche, die wieder bei euch stattfindet? Ich denke schon, in der nächsten Woche ist Andrea Esser hier von der Universität Jena. Sie spricht zum Thema Was geht es uns an? Das rassistische Erbe der klassischen deutschen Philosophie. Mit klassischer deutscher Philosophie sind hier Kant, Hegel, Fichte und andere gemeint. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass sich in den Schriften aller dieser toten weißen Männer Passagen finden zu Begabungen und Leistungen unterschiedlicher Menschengruppen und Frau Esser leitet in Jena ein Forschungsprojekt zum Umgang mit diesen Texten nächste Woche hier in Berlin. Wunderbar, Herr Dörfer, herzlichen Dank für Ihren Vortrag und für die Diskussion und allen Beteiligten auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020